Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir sind hier bei Dray and Firegate. Es ist ganz schön, es geht ganz schön was ab hier auf der Brücke. Oh Gott, das ist mir das sehen. Die Bombe ist sicher, äh, Mr. Firefly. Mr. Firefly, so, ja. Firefly hat seine Geiseln in einen Waggon voller Sprengsätze gesperrt. Äh, ja, guter Plan. Lady, wir müssen uns nicht auflassen. Ich muss überhaupt nicht auflassen, Lady. Was ist los? Willst du nicht hochgejagt werden? Wir sind Tiere. Wir sind Tiere. Ich bin nicht derjenige im Käfig, Lady. Ich, ich bin wie der Zoo-Wärter. Was? Ich hab ja gerecht, dass er mich sieht. Wehe, wenn du auf mich schießt. Wehe, wenn du auf mich schießt. Du kommst jetzt her, dass die von mir... Achso, ich kann jetzt sogar runter. Ja. Ja gut, jetzt ist das verkackt. Oh nein. Wir haben ihn! Wir rüber! So. Du allein kannst mir gar nichts. Ist da innen noch der eine? Pff, was will der denn anrichten? Das bist du da unten. So. Nicht so leichtes Problem. Was? Was? Die Ursache der Explosion war ein Tankwagen auf der Brücke. Ich hab schon gedacht, die Geißen sind jetzt gestorben. Okay, halten Sie mich auf dem Laufsinn. Ja, wie lasse ich jetzt raus? Ist er uns helfen? Keine Ahnung. Wenn ich es hinkriege? Ich bin da hoch. Ich hab von ihm gehört. Er ist ein gesuchter Krimineller. Ja. Ich und Krimineller kippe ich gleich. Warte ich euch so oder so? Ah. Na also. Dann äh. Ah, die Bombe ist nach oben. So, Frauenchen. Ich lass euch raus, Freunde. Alles okay. So, wir haben wieder ein Zeitlimit. Flammen, das hat wieder viel zu lange gedauert. 19 Sekunden. Sie müssen uns rauslassen. Wir sind vor uns. Was du nicht sagst. Ist ein bisschen schwieriger als so mit dem Sticks hier. Bei denen die nicht so groß sind. So. Gut. Das muss Gordons Feuertür sein. Oh mein Gott. Get up. Gordon. Öffnen Sie die Feuertür im Zugdepot, damit ich Fireflies Bombe am Nordende der Brücke entschärfen kann. Raus aus dieser Frequenz. Sofort. Hören Sie. Ich kümmere mich gerade um die Bombe am Südende. Saugen Sie dafür, dass die Tür offen ist, wenn ich wiederkomme. Lass mich meinen Job machen und bleib mir aus dem Weg. Oh, verdammt. Alfred, die Feuertür versperrt mir den Weg. Ich brauche Coats, um daran vorbeizukommen. Die Polizei sollte die Coats haben. Vielleicht kann Captain Gordon. Gordon weigert sich. Ich bin auf dem Weg zur anderen Wunde. Besorg mir diese Coats, bis ich fertig bin. Verstanden? Ich tue mein Bestes. Oh mein Gott, ja. Ja, ich würde er gerne, ne? Ist die Tür jetzt offen oder nicht? Feuertür immer noch zu. Da muss ich hier mal einer an. Äh. Ja, jetzt ist halt das Ding. Wo soll ich hin? Ich bin hier. Ja gut, okay. Jetzt haben sie da hinten versteckelt. Alles klar. Was kriegen wir hin? Was kriegen wir hin? Was kriegen wir hin? Was kriegen wir hin? So. Warum ist die überhaupt nicht feuert? Ja. Ich verstehe doch nicht, ich verstehe doch den Aufbau. Die hat hier noch nicht so ganz. Hört auf um zu heulen, bitte. Ich pflege euch an. Achso, jetzt zieht die Tür wieder zu. Okay, aber die sind ja soweit schon mal sicher. Ja gut, sicher ist jetzt hier nicht das richtige Wort. Das wird nicht einfach werden. Der ist doch komplett wahnsinnig. Der ist ja schlimmer als der Joker. Der ist komplett gestört. Ja, ich wünsche euch auch ein frohes Fest. Hier und jetzt. Einen Moment mal. Da unten bewegt sich jemand. Könnte der Batman sein. Verfolgen Sie die Person. Sehr gut. Bleibt Sie am Kurs. Wenn Firefly für Sie die Person ziehen, könnte er die Bomben ziehen? Verstanden? Ähm. Das war übrigens gerade ein Versuch von Gordon uns zu schützen, glaube ich. Das ist ein automatischer Alarm. Es gibt eine Notfallsituation. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Aufgang. Ich glaube nicht, dass ich da hin möchte. Aber was will ich denn hier? Oh ne, hier wollte ich auch nicht hin. Ja, nein. Ne, er hat mich noch gerettet. Ach, schlechter. Aber was will ich denn in diesem Ding da drin? Ich muss doch die Bomben weg machen. Ah. Gott, was für geisteskranke Sachen machen? Scharfschützen hat er auch noch. So. Haben wir gleich. Auf diesem Zug kann ich nichts anfangen. So. Ja, ist ab. Ist ab, ne. Hab ich gemacht. So, Freunde. Warum bin ich da hoch? Ich nicht. Noch. Oh. Die Elektro. Ich weiß es. Ich hör mal hier den, wo mehr aushält. Ah. 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 Hör auf, diesen Lärm zu machen, ey. Arschlöcher, ihr Arschlöcher! Der wird gleich noch gut rumgucken. Alter, lass mich jetzt mal... ... uhhh. Das ist ja losfalls, ey. Oder auch Zeit, dass das er nicht angeht. Ich bin gleich tot. Ich kann aber auch so auf Blocken drücken, wie ich möchte, ne? Da tut sich nix. Das funktioniert nicht gut in diesem Spiel. Ja, ähm, wir rinnen! Hahaha! Und wenn es dich nicht mehr gibt, kann mich niemand mehr stoppen! Das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist einfach mal durchgedreht. Aber ich find's jetzt blöd, dass ich in jedem Part mindestens einmal sterbe, das find ich halt echt nicht gut. Und das ist noch der Leichtmodus und ich hab mich noch beschwert. Beschwert. Beschwert hab ich mich noch. Naja. So. Kann ich den mit dem Stab vielleicht angreifen, was steht in der Mitte, ne, wenn ich das nicht kann? Ne, tut er nicht. Da ist der Neville. Arschlöcher. Alter, 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 alter! Wir können das ruhig klären. Seitdem diesen... Wir machen das anders. Wer schießt auf mich? Ja, Idioten. Ähm... So. Ruhe. Schatz, voll von euch. Das sind... Gott sei Dank. Gib mir doch irgendwas cooles. Das ist der letzte von diesen A-Kampf-Dingern. Uiuiui. Okay. Eine Defensivverwendung der Schockernschuhe, durch die du Angriffen von Gegner mit Schilden abhören kannst. Okay. Oh, das geht automatisch, oder? Ne, egal. Das wird mir schon helfen. Hier bin ich reingekommen. Da krieg ich einen Knopf. Ne, wahrscheinlich im Kampf drücken sollen, ne? Und hier krieg ich wieder raus. Ich seh Sprengstoff. Ich seh Sprengstoff. Ich seh Sprengstoff. Ich seh Sprengstoff. Ich seh ihn. Ist ja noch größer als die anderen, oder? So. Oh. 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 Ich kann ja nicht davon ausmachen. Oh. 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 Detonale, oder? Oh. Da müssen wir halt jetzt erstmal hinkommen, wie er das wieder hier umgebaut hat, ne? So. Müssen wir halt jetzt noch hinkommen. Das dachte ich mir. Ist es so schwer, einmal gute Laune zu haben, Sir? Ich will die Gesichter der Bullen sehen, wenn ich die Brücke in Jezeits spreche. Er verbrennt jetzt Fahrzeuge. Die halbe Brücke steht ins Land. Land auf Abstand. Kommunizieren mit dem. Ich muss die letzte Bombe erreichen, bevor Gordon und seine Männer Firefly zum Handeln zwingen. Das ist ein geisteskrankter Typ. So. Ähm. Ja, wo will ich hin? Ne, ich wollte schon hier, ne? Da bin ich mich vorhin runtergefallen, das Loch eben. Da bin ich eben runtergefallen. So. Aber diese Brücke, die ganze Stadt ist irgendwie unter die Kontrolle vom GCPT-Schein, man. Wie der Feuerbrücke und dem ist dann komisch eine kleine Schaltzentrale dafür hin. Die haben da alles irgendwie unter Kontrolle. Also offiziell zumindest. Ah, ihr Arschlöcher. Du hast... Ihr kleinen Pisser. Das ist einfach nicht zu fassen. Mach doch deine Scheiß! Ja, aber dann... Stadt. Das hat sein. Elenden. Äh... Rauchbombe macht nü. Wo will ich mich denn hier bitte verstecken? Vier Stück. Das kann ich mich nicht mal regenerieren, ey. Könnt ihr euch nicht irgendwie trennen oder so? Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Finde ich echt nicht cool. Bin ich da vielleicht hoch? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Da oben wäre ich ja sicher. Das geht nicht. Du Nagel. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Kollege. Oh, bleibt doch da oben. Er kommt. Er kommt. Alter. Alter. So. Jetzt kommt es alle runtergewandt. Nein. Ihr seid kriminelle. Was wollt ihr denn? Der ist noch da oben. Nein. Was ist denn los? Seht ihn euch gut an. Wenn ihr so nicht trennen wollt, reißt euch gefälligst mal zusammen. Wie sollen wir ihn erledigen, wenn wir ihn nicht mal finden? Gar nicht. Das ist der Nächste. Beifuss. Der andere ist da hinten. Das ist eigentlich ideal. Ist nur noch ihr herkommen. Weil da das nicht wird. Ich will nachhelfen. Aber ich kann mir das irgendwie auch nicht leisten. Ich kann da durch. Wenn der andere dich wieder mache ich halt erst den da. Was macht der andere? Genau in die andere Richtung. Oh nein! Kann er das machen? Wie kann er mir die Zeit stehlen? Jetzt muss ich das alles von vorne machen. Du Arschloch. Oh, hör halt dein Maul. Und wenn es dich nicht mehr gibt, kann mich niemand mehr stoppen. Der geht mir hier auf den Zacken. Wenn ich oben bei dem bin, ne? Boah. Hier ist doch stehen bei. Mann. Der kann sich doch... Weil ich gerannt bin. Aber ich hab gedacht, wenn ich ganz schnell renne, dann dreht er sich jetzt gar nicht um. Dann kann ich ihn, bevor er sich umdreht, angreifen. Weil ich einfach ganz normal gelaufen. Weil er sich wahrscheinlich gar nicht umgedreht. So ist es nämlich, ne? Ich hasse euch. Ich hab gehört. Er ist so stark wie 10 Männer. Ja. Jetzt wollen wir nicht mehr von einem Glück hin. Er ist allein. Und einer allein hätte es aber nie hinbekommen. Denkst du, wir sollten... Hilf! Er dreht durch übrigens durch. So. Ihr könnt ja kommen, wenn ihr wollt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mach ich denn? Ich war so sicher. Ich war so sicher. Ich war so sicher. Ich war so sicher da oben. Ja, da drinnen. Wieso hab ich das gemacht? Ja. So. Bist du was ich jetzt mach? Jetzt geh ich da hoch, ne? Und dann erstmal richtig an aufs Maul. Was? Ist er tot? Der liegt noch. Ja, nein! Was? Glätsch dir nicht so rum, Freundchen, ne? Können ruhig kommen, wenn sie wollen. Das ist ja nur noch der. Gott sei Dank. So. Bist du das Wahnsinns? Gordon, ich habe drei der vier Bomben entschärft. Sobald ich die letzte Bombe entschärft habe. Wir stürmen jetzt. Dafür ist es zu spät. Du gestörter Herr Gordon. Alfred öffne die Brandschutztür. Wie sie wünschen, Sir. Was? Und jetzt? Stör dich jetzt? Okay. Dann würde ich auch sagen, was dahinter ist, werden wir im nächsten Part sehen. Bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hopped coronuflohn. Ich sehe nicht im nächsten Mal.